Liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, massiver Sprüher über mir. Heute jede Menge Sprühüberflüge. Das ist ein ziemlich massiver und der ist gefolgt von einem kleineren. Das ist einmal der erste. Ja, ich mache das über Kopf und die Sonne scheint mir ganz genau in die Augen, also ganz exakt. Und hier ist der zweite. Seit über 40 Jahren sprühen sie uns wie deppert zu und niemand merkt es. Nach 40 Jahren fällt es noch immer niemanden auf, es ist bemerkenswert. Ja, heute wäre wieder ein Traumtag gewesen, aber sie haben halt wieder wie blöd rausgeballert. Wie man hier sieht. Na gut, Ende. Ah, da ist der nächste. Die Nummer 3, der fliegt schon wieder zurück. Um zur nächsten Kehre auszuholen. Uh-huh. Wie die 4 zu 2 verschmelzen. Ende. Wie die 3 zu 3. Wie die 3. Wie die 3. Wie das 3. Wie die 5.